Der 1-6er kann nicht so richtig von der Strecke wegziehen. Kuthaus geht in die Führung der Position. Max Bucher kommt vor, der rechten Seite geht auf die Seite der Position. So geht es in die Verletzung. Das war ganz spätestens der Bremse. Ich bin auf der Bremse. Der Bremse hat die Führung der Bremse. Auf der ganzen Seite hat man spätestens Bremse. Jetzt anbremsen für die Einfahrt. Ich bin schon noch was anderes. Aber das macht gut, dass das ist. Der Bremse ist dabei. Der Bremse ist dabei, der Bremse ist in die Führung. Und Danny Way auf die zweite Position. Bucher ein bisschen den Rangpunkt erpasst. Geht jetzt aber sofort in die Junkerlap-Section hinein. Kommt Kuthaus in Führung vor Danny Way. Bucher hat jetzt die Junkerlap-Section schon absolviert. Sehr eng. Tuschiert ein bisschen Reifenstapel. So geht es über die Deutschlandfrage. Die haben mittlerweile schon fast nicht mehr zu erkennen. Das war die Jungs genau dort anbraten. Die waren schwer. Die Deutschlandfrage schieben. Und natürlich studieren. Ich wollte einfach mit Hause in die Mode eigentlich wieder. Aus가지 der Klauze in der 10-Junker-Position. Und der Bremse kann aber nicht der Führung anbringen. Der Wagen kommt jetzt vor dem Führung. Und der Wagen ist ein bisschen leichter. Weil er jetzt immer einen 6.0-Junker-Buser fährt. Wobei jetzt deutlich besser kommt. Ah, ich hätte es fast geschildert. Und da kommt er dann doch wieder ein bisschen zu sehr rum. Pauls und Danny Way gehen jetzt in gemeinsamer Eintracht durch die Schotterpassage, durch die Jogalab-Sectioner durch. Danny Way kann sich ein bisschen an der Schotterpassage, an der Jogalab-Sectioner heranarbeiten, an Kuhn-Paul. Aber ich würde mal sagen, diese Messe ist jetzt wirklich schon gelesen. Ich glaube nicht, dass Kuhn-Paul jetzt hier noch irgendeine Art und Weise, wenn er nicht ein Kapitalpaar wieder macht, hier die Messe kommt in die Hälfte, auch die Flanysierung kann hier auch noch ein Peralien zu wachsen. Wo man abtächt, der Sport, Danny Way ist ein bisschen spät auf der Bremse, kommt ein bisschen heran an Pauls und nochmal an Sacken oder nicht? Er arbeitet mit dem Mini, kommt aber jetzt viel zu weit raus, kommt das tief, wenn man sieht, den Schotter fliegt. Dort in der Schottermassage wurde Danny Wave viel zu weit, viel zu weit nach Hause gekommen ist, in das Tief hinein gekommen ist, aus, weiterhin in der Führung und Position, Danny Wave, so geht es jetzt in die letzte Runde hinaus, aus, wieder links abbiegen auf die lange Gerade, hin zu Sachsen-Grohne, Danny Wave, Herz, alles aus dem Video herausgelegt, rein auf seinen Grafik, den hier und die Acht mit Schotterants das Ooster Kuss kam über eine neuer Werkstattende Stadtt, cabin тут auch herrsch anybody, there noch gerne S comme ça ! Gegen Kittenreifersuch, er hat sich dann ein kleines bisschen überschätzt, er war eigentlich gut dabei, er hätte Frauen nochmal hier die Suppe versalten können, aber es hat nicht geklappt. Vielen Dank.